Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht aus. Wir sind hier in dem Foyer oder beziehungsweise in der hinteren Eingangshalle, wenn man das so nennen kann. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge vorgehabt, mit euch dann mal hier endlich durch diese Tür zu gehen. Die wir ja seit wirklich vielen, vielen Folgen nicht mehr beachtet haben. Und ich würde sagen, noch nicht beachtet haben. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt auch einfach mal rein und gucken, was uns da drin so erwartet. Ja, okay. Scheint sicherer zu sein. Gut, schauen wir uns alles an. Ist uns ein Speiseplan, ne? Wir müssen uns jetzt mal gucken, was es zu essen gibt. Heute ist Wünsch-Dir-Was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Ja, dann müssen wir uns doch ganz schnell einschreiben. Können wir das? Heute ist Wünsch-Dir-Was-Tag. Und ich aber... Hm, können wir auch nicht. Okay. Können wir uns den mitnehmen? Ne, also damit können wir nicht weiter interagieren. Okay, schade. Aber hier haben wir noch jede Menge andere Sachen. Wie zum Beispiel den wunderschönen Besteckschrank. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Ja, nehmen wir ihn jetzt auch mal mit. Wollen wir nicht erstmal gucken, was drin ist? Nein, reden wir erstmal mit dem. Hallo? Jemand zu Hause? Hm, es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's. Es ist eine Schrapnell-Lawine aus den Anden. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Oh ja, das hab ich schon schmerzlich erfahren müssen. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Oh mein Gott. So, nehmen wir jetzt aber mal mit. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Na nun? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Oh nein, wir haben wirklich keinen Löffel da drin. Aber immerhin, wir haben ein Messer und eine Gabel. Oh, das gibt wieder jede Menge Kombinationen. So. Aber erstmal kommen noch ein paar Kombinationen mit der Schublade. In diesem Bild spielt Captain Unbrauchbares Röntgenbesteck verrückt. Aha. Achso, scheiße. Polizeimarke. Aha. Inspektor Konrad hat den Fall gelöst. Die Gabeln waren gezinkt. Aha. Das erklärt natürlich alles. Ich brauche kein Besteck, um zu erkennen, dass dieser Becher ausgedient hat. Na und? Trotzdem können wir ihn noch irgendwie benutzen. Irgendwie können wir den noch benutzen. Ich bin mir ganz sicher. Das gehört noch nicht in die Ablage. Der Vorgang ist unerledigt. Oh. Ein Besteckschrank. Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Muss ich werfen oder bin ich an einer rotierenden Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig? Hui. Das stelle ich mir gerade lustig vor. Wäre bestimmt ein lustiges Partyspiel. So zwei Leute an rotierenden Zielscheiben gegenüber und die müssen sich dann da mit Messern abwerfen. Mit einer gehörigen Portion von Alkohol wird das gleich doppelt lustig. Dieses Besteckstück habe ich lieber immer bei mir. Ja klar, den Stuhlschwein will man auch nicht wegpacken. Ohne einen Kugelschreiber sollte man nie in eine Besteckschublade kriechen. Mit allerdings auch nicht. Ich wollte gerade schon sagen. Lieber nicht. Poloschläger verkeilen sich immer in der Besteckschublade. Na gut, da hast du recht. Om nom 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 nom. So kann ich das Quietschen reparieren. So, jetzt quietscht es wieder. Oh mein Gott, aua. Aua. Meine armen Ohren. Guck mal, warum halt. So kann ich das Quietschen reparieren. So, jetzt quietscht es wieder. Ach, ist das ein eklaftes Quietschen. Okay, die können wir nur weiterhin auf und zu machen und sonst nichts mehr damit. Aber wir haben hier noch ein Messer und eine Gabel. Das tue ich bestimmt nicht wieder zurück. Die tue ich bestimmt nicht wieder zurück. Okay, dann kombinieren wir mit Messer und Gabel mit den ganzen anderen Sachen aus unserem Rucksack. Nein, beide sind für sich schon gefährlich genug. Vielleicht sind sie zusammen dann gefährlich-gefährlich. Etwas, das gefährlich-gefährlich ist, könnte auch gefährlich für uns sein, Harvey. Ach was, wie kommt man denn, kommt es denn auf die Idee? Hm. Diesmal trennen sich Feder und Schwert unentschieden. Was? Um ehrlich zu sein, das Stuhlbein ist schärfer. Was haben wir denn da für ein Messer bekommen? Möchtest du mal das Messer halten, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Und jetzt lass uns Dr. Marcel suchen. Harvey, benimm dich. Gewalt löst keine Probleme. Feige. Aber man kann Probleme mit Gewalt angehen. Ich brauche keine Therapie. Ich werde das Formular zerschneiden. Ja, schnipp, schnipp, hurra. Und danach schneiden wir unsere Bauchdecken auf. Jippie. Ja. Was ist? Warum zögerst du? Ähm, ich glaube, ich behalte das Formular lieber. Was? Mal gucken. Wenn ich den Wasserbecher an der Seite leicht aufschneide, dann... Igitt. Jetzt habe ich... Ah, Edna, du sollst doch nicht immer alles kaputt machen. Meine Fresse. Ist dies die Tatwaffe? Kommt auf die Tat an. In der Tat. Tatü, tata. Oh, meine Fresse. Ist das schon wieder... Das ist viel zu stumpf. Was? Das gibt es doch nicht. Das Messer ist sogar zu stumpf, um Cornflakes zu schneiden. Na gut, aber Cornflakes kann ich auch nicht so einfach schneiden. Die zerbröseln dann schon, wenn ich sie versuche zu schneiden. Auf diesem Bild schmiert nützlich, Boy, Todesbrote für die Mittagspause. Warte mal. Nochmal. Die sagt was anderes, als eigentlich in dem Text da steht. Auf diesem Bild schmiert nützlich, Boy, Todesbrote für die Mittagspause. Er schmiert Todesbrote. Ja, ja, ja. Ich hab das schon ganz genau gehört. Messer, Gabel, Schere, Licht. Meine Sammlung ist fast komplett. Ja, fehlt nur noch die Schere und das Licht. Ich brauche kein Messer, um mir die Zehennägel zu schneiden. Ja, du kannst... Knapperst sie dir einfach ab. Ähm. Das Messer können wir auch noch mal... Warte mal. Mit dem Messer können wir auch noch bestimmt reden. Ist es ein Dolch, den ich da vor mir sehe? Oder ist es nur ein stumpfes Buttermesser? Hm. Okay, und jetzt kommt die Gabel dran. In der linken Ecke, vier Zacken des Todes, die ihren Gegner zum Frühstück verspeisen. Begrüßen sie die Gabel. In der rechten Ecke, im letzten Match siegreich durch K.O. in der Schwergewichtsklasse. Der Titelverteidiger, Polo Schläger. Ja, und nun gar nichts mehr. So, jetzt Stuhlbein. Was? Soll ich etwa das kaputte Stuhlbein essen? Wenn du Hilfe brauchst. Ich bin berühmt für meine... Mund auf, da kommt ein Flugzeug. Performance. Mund auf, da kommt ein Flugzeug. Oder ein Habe. Messergabelschere, Licht. Ätna schwänzt den Unterricht. Nur Ätna. Wir brauchen keine Therapie. Wir haben eine Gabel. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja. Solltest, glaube ich, auch, Ätna. Solltest, glaube ich, auch. Sehr gut. Die Polizeimarke ist al dente. Ah, gut zu wissen. Können wir so ja essen. Und das ist genau der Grund, warum wir immer noch in dieser Ehrenanstalt sind. Was? Nur weil wir irgendwie alles mit Wildwirt ineinander kombinieren? In diesem Bild spricht Käpt'n unbrauchbar zu den Höhlenmenschen. Nein, meine haarigen Freunde. Fußnägel kann man ruhig mit den Fingern essen. Was war das für ein Geräusch? Klang wie Knigge, der sich im Grab umdreht. Was? Was ist das denn für eine geile Anspielung? Okay, schauen wir uns mal den Topf an. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Ja, nehmen wir ihn doch mal mit. Der kommt mit. Reden wir doch dann mit unserem wunderschönen Freund im Topf. Kein Hut, kein Bus, kein Abzählspiel. Nur ein Topf. Benutzen wir ihn. Können wir nicht, okay. Ähm, ja, jetzt müssen wir auch noch alles mit dem Topf kombinieren. Tut mir leid. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Ich glaube, Alfred mochte Topfschlagen immer. Das passt. Ja, Topfschlagen war doch lustig. Das ist einer dieser Teleshop-Töpfe. Die sind aus tintenabweisendem Weltraumschrott. War damals immer lustig mit dem Topfschlagen. Da sind dann immer mehr Kopflöchel, äh, Kopflöchel, ähm, Kochlöffel, sind immer mehr Kochlöffel draufgegangen, als, ähm, ja, wir ohne Topfschlagen gespielt haben. Also, irgendwann hatten wir selten keinen Bock mehr auf Topfschlagen, weil wir immer die ganzen Kochlöffel geschrottet hatten dabei. War ja ganz lustig. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Das kennen wir ja schon. Brauchst du einen Helm, Harvey? Nein, danke. Wenn man nur Watte im Kopf hat, verliert man sein Gefahrenbewusstsein. Ja, dieselben Tabletten habe ich auch bekommen. Wozu? Der Topf ist leer. Ja und, stimmt. Ist ja voll halt. Ob die in der Gruppentherapie auch Topfschlagen spielen? Ich glaube, du verwechselst Gruppentherapien mit einem Kindergeburtstag. Wo ist der Unterschied? Ähm, schwer zu sagen. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Dies ist nicht der Schmelztiegel des Verbrechens. Cornflakes müssen nicht gekocht werden. Na, vielleicht schmecken sie ja dann aber trotzdem ganz lecker. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase vom Vegetabler. Mhm. Der Topf ist ein guter Aufbewahrungsort dafür. Äh, wo sie überall ihre Fußnägel hinterlässt. Wenn etwas Essbares in diesem Topf ist, dann hat es ein gutes Versteck. Okay, dort ist noch ein Topf. Schauen wir uns den an, vielleicht können wir den ja auch mitnehmen. Ja, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Ein wenig sperrig. Mö. Reden wir doch mal mit dem Topf. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Oh. Herr im Himmel, rette mich vor diesen dumpfen Dingern. Ich koche mir lieber mein Extrasüppchen. Ich esse lieber mit den Fingern. Topf mit Topf. Da muss ich nicht nachhelfen. Das dreckige Geschirr wird sich früh genug von alleine stapeln. Oh mein Gott, wie muss das Geschirr aussehen, wenn es anfängt, sich von selbst zu stapeln. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase. Ähm. Okay, die anderen Sachen scheinen leicht zu sein. Das sind jetzt noch eine Spüle. Schauen wir uns die noch an. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Nehmen wir es doch mal mit. Meine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Ah, wir befinden uns in einem Adventure, da können wir es funktionieren. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Zulu? Klutsch. Einmal Wasser an, einmal Wasser aus. Da wäre eher ein Löffel angebracht. Wenn ich doch nur einen Löffel hätte. Tja, wo die ganzen Löffeln sind, wissen wir ja schon seit ein paar Folgen. Dort unten war ja dann der Typ, der mit den Löffeln versucht hat, einen Tunnel zu graben, ne? Der ist sauber genug. Ähm. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschallohrstöpsel. Wird ja auch mal Zeit. Ach, da können wir ja schon mal... Ich vergesse immer, dass man die Cornflakes nicht aus dem Inventar benutzen kann. Jetzt blitzt und blinkt die Marke noch heller. Wunderbar. Nein, das würde nur aufweichen. Da wäre eher ein Löffel angebracht. Wenn ich doch nur einen Löffel... Ja, ich weiß, du willst einen ganz dicken, fetten Löffel haben. Willst du baden, Harvey? Igitt! Nein! Ja, wie komme ich denn auch überhaupt auf die Idee? Nein, ich möchte, dass das Blut... Okay, das können wir auch schon. Nass schreibt er nicht mehr. Okay, sonst noch was? Oh ja, Topflapfen und Handtücher. Gibt es noch? Handtücher? Handtücher? Die heißen ja nicht Trockentücher. Asbestbeschichtete Topflapfen. Ui, Asbest. Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich nie dazu gekommen, nach Lappland zu reisen. Vielleicht nächsten Sommer. Aua. Aua, rette mich. So, Topflapfen. Brauchen wir. So, die Topflapfen müssen auch nochmal mit allen benutzt werden. Gucken wir uns aber erst kurz die Handtücher an. Die nehmen wir bestimmt auch noch mit. Handtücher, Schmanntücher, Fitzzi-Fatzi-Fanntücher. Nehmen wir doch mal mit denen. Ich rede aus Prinzip nicht mit Handtüchern. Es sei denn, sie sind aus Frottee. Oh, wie ja, weh. Wie süß. Nein. Meine Hände sind gerade richtig schmutzig. Okay, nehmen wir die Handtücher mit. Na nun. Die sind ja an der Hintergrund-Trafik festgenietet. Sachen gibt es. Also, ähm, Poki. Dass du dir das erlaubst. Die Topflappen passen perfekt zu diesem Topf. Wenn er doch nur heiß wäre. Und jetzt was? Den Topf erhitzen? Ja. So muss es doch laufen, oder? Also, der Meinung bin ich auch auf jeden Fall. Gute Idee. Jetzt funkelt sie wie eine vom Blitz getroffene Nacktschnecke. Was ist das mit einem Vergleich? In diesem Bild verbrennt sich Käpt'n Unbrauchbar die Finger an einem Todestoaster. Oh mein Gott. Die Topflappen wollen heute nichts essen. Sie scheinen krank zu sein. Immer diese Lappen. Immer diese Lappen, die... Kommissarin Edna Konrad verfolgte eine heiße Spur. Und für den Fall einer Festnahme hatte sie ihre Topflappen dabei. Oh, sie hatte ihre Topflappen dabei. Warte mal. Ja genau. Ich habe einen Topflappen. Und hier? Hier habe ich ein Formular. Warum kombiniere ich sie nicht einfach und mache etwas ganz Neues daraus? Ich könnte das Beste nichts aller Zeiten bauen. Tja. Na gut. Trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Oder du und ich. Ach, Harvey. Das war süß. Oh. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey. Tja, Harvey ist auch so ein Suchtlappen. Übung macht den Meister. Aber nicht so. Ich wollte gerade schon sagen. Was? Okay. Auf die Topflappen hier wird das draufgekretzelt. Wenn man ganz genau hinguckt. Die Topflappen sind ein Lama-Ersatz für einen Baseball-Handschuh. Aber der Poloschläger ist auch nicht gerade ein Baseball-Schläger. Man stelle sich nur Dr. Marcel auf dem Baseball-Feld vor. Kannst du ihn dir etwa beim Polo-Hüllen vorstellen? Höchstens als Pferd. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. So. Ja, die Handtücher müssen wir eigentlich noch mit allen Gegenständen hier benutzen. Nenn schon, nenn schon. Nein. Ich möchte, dass das Blut... Okay, das ist das Gleiche. Wird wohl auch für den Poloschläger so sein? Der Kugelschreiber schreibt nicht da, Frotti. Sonst hätte ich Harvey längst das Tattoo gemalt, das er sich so wünscht. Die können auf einmal aufs Frotti. Und können wir halt nicht mitnehmen. Schade. Habe braucht kein Handtuch. Er ist ja selber aus Frotti. Besser. Ich habe nichts, was so nass wäre, dass ich es nicht auch an meinem Nachthemd abwischen könnte. Ah, das werden wir dann nur noch sehen. Hier steht, man kommt nur gut abgetrocknet zur Therapie. Na dann? Gut, dass wir uns das noch einmal genauer angesehen haben. Man sollte immer alles mit allem ausprobieren. Merkt euch das Kinder. Ja, merkt euch das Kinder. Ja, merkt euch das Kinder. Vor allem, wenn ihr Spiele von Dedalick spielt, müsst ihr einfach alles mit allem ausprobieren. Da sind so viele Feinheiten drin. Das ist echt genial. Am Ende jeden Tages kam Inspektor Konrad zurück ins Präsidium und wischte den Sumpf des Verbrechens von ihrer Marke. Ja, okay. Was haben wir noch hier? Das ist Comic-Heft. Das ist ein Comic-Heft mit einem Tuch. Captain Unbrauchbar kann Geschirrkraft seines warmen Atems trocken hauchen. Ich glaube, das könnte ich auch, aber es wird so ein bisschen dauern. Warum braucht man dafür zwei unterschiedliche Gegenstände? Tja, das habe ich mich auch schon gefragt. Warte, ich wische den Topf noch einmal aus. Genau, und danach falten wir unsere Socken zusammen und kämen uns die Haare. Ja, wie kommen wir denn auf die Idee? Wir sind Socker. Ich habe nichts, was so nass wäre, dass ich es nicht auch an... So, zum Abschluss noch einmal Poki. Ah ja, hier ist einer meiner eigenen seltenen Auftritte im Spiel. Und zwar habe ich tatsächlich die Rolle des Kochs gesprochen. Beziehungsweise, naja, gesprochen kann man kaum sagen, weil er sagt ja kein Wort. Er macht nur Kumpflaut. Aber das habe ich selber gemacht. Und ich habe versucht, sehr viel charakterliche Tiefe einzustreuen. Und das so, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich das gemacht? Ja. Und ehrlich gesagt, habe ich mich immer so ein bisschen so gesehen, wie ein Popeye mit Kochmütze. So verstehe ich mich auch als Game Designer. Ja. Okay, wir wissen dann jetzt Bescheid, dass wir hier irgendwann nochmal zurückkehren müssen, um mit dem Koch zu reden. So, dass wir dann quasi mit Poki reden. Ja, ich glaube, bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.